Das kann ich mir nicht leisten. Gut, dann machen wir 12 Euro. Das sind dann eh keine 15, das sind dann eh keine 20 und also die 12 Euro, das war schmerzensbestimmt. Ich schreibe jetzt mal 12 Euro und 12 Euro. Sie unterschreiben ja einfach hier. 12 Euro, das sind einfach zu viel. Wo habe ich denn jetzt meine Brille? Einfach hier unterschreiben. Genau da, wo mein Finger ist. Ich habe schon alles vorgeschrieben. Sie können mir vertrauen. Halt mal. So, also, weißt du jetzt, wie es geht? Ja. Da wäre noch mehr gegangen. Aber ich bin heute einfach noch nicht aggressiv genug. Hast du schon mal deinen Freund zugesehen? Der Siegbert? Ich schwöre dir, der schreibt überall. Ja, ich weiß.